ARD Text im Auftrag von funk Woah, oh shit. Das schaut nasty aus. Mit Speck. Wenn du jetzt über die ganze Lokalszene denkst, was hat sich die ganze Szene als sich ergrindet im letzten Jahr? Oder was gab es alles? So als Review. Weil wir besondere Folgen sind. Cohesion. Hat er drauf? Mhm. Krieg's? Geil. Also Zusammenhang? Ja. Und dass sich eine bestimmte Gruppierung vom Band zusammengefunden hat. Und schneller mal Sachen gemeinsam machen. Und da eine Art Grundvertrauen da ist. Oder wie siehst du das? Ich denke auch, dass das das ist. Sagt mal, dieser Prozess hat meiner Meinung nach schon ein bisschen früher angefangen, als wie jetzt vor einem Jahr. Ja. Aber man merkt schon das. Leute von anderen Bands sind viel mehr involviert. Nicht nur in ihrer eigenen Bands, sondern in anderen Bands. Ja. Ja, es gibt mal ein Feature, also jetzt tatsächlich konkret mit einem Featuring hier, ein Featuring da. Aber auch dieses. Hey, ich hab gesehen, ihr habt das so gemacht. Oder ihr habt das so rausgehauen. Wie genau? Helft's mir, erklärt's mir das. Boah. Wenn man so gehört hat, es wird ein bisschen geteilt. Blöd gesagt, Sachen wie, hey, das Video war cool, wir hatten das gemacht. Gib mir den Kontakt von der Person. Ja. Aber auch, hey, ich hab da ein Songkonstrukt. Magst du's dir mal anschauen und deinen Senf dazugeben? Wo dann schon auch was verbessert wird oder geändert wird. Bis hin zu Leuten, die dann tatsächlich Songs für andere Bands schreiben. Was auch ultrageil ist. Ja. Weil das heißt, dass du dich genug mit einer anderen Band auseinandergesetzt hast, die nicht deiner ist. Dass du rausfindest, hey, ich mach das so und so und so, ich hab da eine Idee. Mhm. Ich schreibe einen Song für euch. Ja. Und die Band übernimmt das. Und das ist supergeil. Voll. Silence. Na ja, Silence, wir haben jetzt nur mehr Essen. Ja. Ist gut. Extreme Food. Irgendwelche Musikvideos, wo du gesagt hast, dieses Jahr, die waren... Wham! Alle, die ich gemacht hab. Na ja. Ich hab die eh alle gemacht. Na, das nicht. Bei mir sind eins dabei, dass du nichts gemacht hast. Which one? Ähm. Hm. Hm. Natürlich hab ich jetzt vor den Blank. Oh Schlimm. Das ist okay? Okay. Ich krieg's auch in den Kaffee. Was? Okay. Ja, zum Glück ist der verflossen. Sorry. Ach, ich bin in den Kaffee. Eigentlich. Okay. Keine Idee. Drawing Blanks here. Hm. 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 Was für Musik wir das sind überhaupt jetzt in letzter Zeit so. Ich zähle jetzt keiner auf. Weil dann vergesse ich was und dann sind die Leute besser. Was ich cool finde, das haben sich ein paar Leute dazu entschlossen, nicht knausrig zu sein. Und dass tatsächlich dann Budget aufgestellt wurde für etwas größere Produktion sogar. Voll. Also mir ist in der Hinsicht sehr positiv aufgefallen, alles was von der Anchorage Seite gekommen ist. Oh ja. Also von Christoph Wiesinger. Das Lyric Video hat er selber noch. Cool. Ja. Stark. Gibt es ein paar Servietten? Nein, aber da war finde ich sehr gut ein, wir sind Anchorage und es geht uns nicht darum, dass ihr nur unsere Musik hört, es geht uns darum, dass ihr coole Musik hört. Ach so, dieses, wie heißt das, A Picture of Perfect Hell? Ja genau, da war halt so ein schönes Hirn-Ding. Sorry. Mit welchen Bands es gibt, in was für unterschiedlichen Subgenres, wie sie zusammenhängen oder vielleicht ein bisschen wie nah sie aneinander sind. Ja. Das war sehr nett und das hat sich dann auch weiter getogen, dass man eine Playlist erstellt hat auf Spotify, wo unterschiedliche Lokalbands gemischt wurden mit internationalen Acts. Also solche Initiativen, die hat es nicht nur von der Band Anchorage gegeben, die hat es auch von anderen Leuten gegeben. Das finde ich recht cool, also das zeigt, dass man nicht nur auf sich schaut, sondern hey, es sind auch andere coole Leute in unserer Umgebung, die wir vielleicht mitziehen können. Und das hat man schon das letzte Jahr gemerkt. Also das haben wir zum Beispiel in den Jahren davor nicht so stark gehabt in der Szene. Stimmt. Und das ist cool, das finde ich sehr positiv. Was ich auch sehr cool gefunden habe, ist, dass die Leute nicht nur, also Bands untereinander nicht nur enablen, sondern einander auch sagen können und dürfen, so frei ist der Hose raus, was gelungen ist oder wo Verbesserungspotenzial ist, ohne dass Leute pissed sind. Sondern ganz im Gegenteil. Da sollte ich sagen, hey, endlich sagt mir jemand, dass das nicht leibend ist. Oder wie ich das noch besser machen könnte. Und nicht nur straight on enabling, so, ja, schön, nett, gut, ja. Na ja, na, Yes Men bringen doch nichts. Ja. Also ich meine, ich habe das selber, das war auch etwas, was ich mir das letzte Jahr vorgenommen habe, wo ich es auch einigermaßen konsequent gemacht habe. Bands tissen. Ja, oh, ich kann das so viel besser, deine Mutter. Suck. Nein, aber bei jedem Release, der rausgekommen ist, habe ich halt schon die jeweilige Band oder Person angeschrieben und gesagt, hey, cool, das und das und das gefällt mir, das und das hat für mich nicht so gut passt, war das eine bewusste Entscheidung oder ist das einfach so passiert, was auch immer, wo dann manchmal zurückkommen ist, na du, das war eine bewusste Entscheidung und dann ist es für mich ein, okay, cool, dann haben wir halt einen unterschiedlichen Geschmack und ich habe aber auch gehört so, hey, ja, du, ich habe eigentlich, während ich es gemacht habe, ein Bild damit gestruggelt und da ging es um ein Mix Master etwas, wo dann zurückgekommen ist von tatsächlich so, nein, ich habe mich da nicht so gut ausgekennen, ich habe ein paar unterschiedliche Sachen probiert und habe mich auf das, also für das entschieden und cool, dass du es mir sagst, dass es so wirkt auf dich, jetzt kann er beim nächsten Mal was anderes probieren oder dasselbe machen, je nachdem wie der Rest vom Feedback ist natürlich. Ich glaube, das ist wichtig. Welche Artists oder Künstler oder Menschen inspirieren dich? Wo war das? Ah, dein Handy. Mein Handy, ja. Das Auto hat vibriert. Also jetzt nicht das Beispiel so wie vorher, ich habe natürlich den Namen nicht gemerkt, der Star Wars Dude. Ja, Steve Yadlin. Sondern Leute, die nicht von dem gleichen Fach sind, die quasi keine Videografer sind, sondern wo du deine Inspiration aus anderen... Ich bin mir sicher, du hast es auch gesehen, aber ich habe schon lange gewusst, dass es den Beeple gibt. Ah ja, den Beeple. Genau. Den kenne ich schon lange. Richtig. Der Beeple ist ein Grafiker, der seit über 10 Jahren jeden Tag ein Artwork raushaut. 45 Minuten. Und ergibt sich für jedes Artwork 45 Minuten. Aber warum gerade 45 Minuten, das habe ich mir nicht gemerkt. Keine Ahnung, ich auch nicht, aber... Also 15 Minuten überlegt und 45 Minuten... Aber in den 45 Minuten ist auch der Upload. Da ist alles fertig. Und das war... Ich habe den vorher schon gekannt, das ist seine Artwork. Aber das hat mich definitiv, ich das erfahren habe, dass der das so macht, schon irgendwie inspiriert, dass man teilweise einfach sich nicht so viel Zeit lassen muss oder sich eine viel striktere Deadline setzen muss. Und dann ist es halt so, wie es ist. Eben, was er letztens gesagt hat, ein Kunstwerk wird nie fertig, sondern du releast das irgendwann einmal. Ja. An irgendeinem Punkt. Richtig. Und diesen Punkt zu finden, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt weitermachen würde, würde es was Neues werden. Ja. Dass du den nicht überschreitest, dass du einfach sagst, okay gut, das ist in sich flüssig genug. Dass es raus kann. Und in meinem jetzigen Mindset befriedigend genug für mich. Weil halt nicht nur genug, sondern vielleicht von dem Punkt weit genug entfernt, weil du darfst ein bisschen Burger King picken. Das ist ein Risiko. Ja. Nein, aber das war schon inspirierend in der Hinsicht. Jeden Tag nämlich. Und er hat keinen Tag auslasten und er hat auch nicht vorgearbeitet. Genau. Genau. Das ist schon sehr stark. Und was genau hat dich da jetzt? Also einfach, dass er konstant die Disziplin hat, Sachen rauszuhauen. 10, 11, 12 Jahre, wie lange auch immer. Immer. Egal was passiert. Genau. Und eben auch dieses in einer extrem limitierten Zeit einfach was zu machen. Und manches Mal geht's auf und manches Mal ist es halt ... Es ist komplett garbage. Es ist halt nicht so toll. Aber aus dem lernt er auch ... Richtig. Und das ist schon etwas, wo ich ... Und er kriegt dann was wie sofort Responses in Wahrheit. Genau. Und das ist auch was, wo ich mir denke, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr in dieses Mindset versuchen, reinzukommen. Just do things und raus raus. Ja, weil ich mir schon sehr lange Zeit lasse mit vielen Sachen. Was eben auch gezwungenermaßen ist, weil ich halt einen normalen Job habe. Ja, ja klar. Ja. Aber vielleicht ... Was macht der eigentlich? Was macht der Beatle? Achso. Nein, 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 sorry. Sorry. Ich glaube, der ist schon hauptsächlich Grafiker. Und die restlichen Stunden seines Tages macht er ein vernünftiges, oder ein vernünftiges DRS-Artwork. Und vermutlich in seiner Mittagspause morft er in 15 Minuten irgendwas runter. Und nebenbei macht er einen Render. Okay. Gibt es bei dir so eine Person, wo du sagst, im letzten Jahr, der macht sowas Stranges? Ich habe das Gefühl, ich fahre mit einer Bullet Train urschnell und schaue aus dem Fenster und sehe nur aus dem Shit im Internet und von Bekannten und von dir und meiner Freundin. Und alles ist so, jeder macht Scheiß, jeder macht hin und wieder geiles Zeug. Und ich denke so, ah, I wanna keep up. Ist das für dich teilweise demotivierend? Nicht lange, wenn dann. Es ist so, ah, ich mache alles so lange was Zeug. Ich probiere das jetzt auch. Die Carbs? Nein. Haben wir alles aufgegessen? Ja. Dann macht's besser. Weiter geht's. Ich glaube, wir müssen kurz einmal Fresh Air den Burger King rauslassen. Hallo. Ah, warte. Meine Zielverrichtung. Schaust du noch, ob du eh Live Bars hast? Und ob da alles läuft? Hallo. Hallo. Ja. Weil, we are taking risks here. Wir filmen währenddessen wir im Straßenverkehr, im Wiener Straßenverkehr unterwegs sind. Nein, 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 überhaupt nicht. Wir sitzen eigentlich in einem Auto auf so einem Flat Trailer und vor uns fährt einer. Ja, ja. Nein, nein, das ist alles legit. Wir haben eine Drehgenehmigung. Genau. Vor allem. Wir sind noch durch den Drive. Gegen die anderen, ja. Also, ich nehme es erst und dann bestelle ich. Das ist hart. Ähm. Was war die Frage? Was war die Frage? Was war die Frage? Was soll das wissen? Achso, ob mich das demotiviert? Dass so viele coole Sachen rauskommen. Schauen wir an diesen Scheißwixer. Das Arschloch. Seinen BMW. Jetzt haben wir geflucht auch in dem Straßenverkehr. Ja. Fährt er noch fast einen, einen. What the fuck is he doing? Der hat seinen Führerschein geschenkt gekriegt. Das ist der Dapper. GTA all the way. Ähm. Es motiviert mich, aber ich weiß sofort warum. Ja. Okay. Und es zieht mich nicht darunter. Was ist? Also, da bin ich irgendwie schon zu. Ähm. Was ist für dich eine, 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 eine. Oder was wäre für dich eine größere Motivation? Wir haben im letzten Jahr auch einige, ähm. Warte, warte, warte. Ich, 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 ich hole nur kurz aus. Moment. Die größte Motivation wäre vermutlich ein Military Guy mit Gun hinter mir, der sagt, Do awesome shit! Sir, yes sir! Das wäre sehr motivierend. Ja, aber, aber, aber was, bei welchen Sachen denkst du dir in deinem Bullet Train mehr, wow, das, das, das ist cool, das, das versuche ich auch. Ist das eher, wenn, wenn, ähm. Bands wie We Blame the Empire, Anchorage oder Seek and Destroy jetzt am Nova spielen? Oder ist das eher, wenn, wenn eine Band ein wirklich cooles Album raus hat? Oder eine wirklich coole, coole Scheibe? Alles, alles, was mehr auf der kreativen und weniger auf der organisatorischen Seite ist, das. Okay. Also, wenn, wenn, wenn eine Band, äh, einen, äh, die, die Grenze um einen Zentimeter verschiebt, was Kunst ist, und Daring ist, und sagt, ah, okay, die haben ein komplett neues Element, da, an Bord genommen, in ihr Ding. Ja. Also, kann man, kann man. Das ist, das ist, das ist massively inspirierend, wenn eine Band sagt, wir spielen an Nova Rock, ich sage, geil für euch. Aber, ich bin sehr in, in Wahrheit etwas indifferenziert, das ist, ah, okay, gut. Okay. Weil, weil, äh, man, man kann es aufs Nova Rock schaffen, wenn man, glaube ich, ein, ein oder zwei Jahre lang hard networked Geeks spielt, versucht, von anderen Leuten herauszufinden, wie die es aufs Nova Rock geschafft haben, diese Leute kennenzulernen, seinen Content hochzuhalten, hochzuhalten, die Qualität hochzuhalten, live cool zu spielen, consistent zu sein, dann ist die, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du auch auf solche Festivals kommst, ja. Dafür gibt es eine Formel. Aber, wenn es Formelbrecher gibt, die dann sagen, ja, nein, wir, wir, wir kümmern uns jetzt um den, um den Künstlerischland teil. Ja. Driven wir durch? Gibt es da einen Drivenraum? Äh, nein. Oder doch, jetzt? Ja, aber ich mag nicht. Okay, was? Haha, you have a mission. Ähm, was machst du bei so einem Video? Eis? Eis? Oh, noch nicht. Du sprichst die Eiseln, finde ich verboten. Haha, okay. Aber, was wäre international dann so ein Ding? Weil ich glaube, ich habe schon etwas in Gedanken, was man da schön sagen könnte. McFlurry, Oreo, Schoko. Yes. Genau. Ich gehe jetzt mit meinem Burger King Kaffee rein. Haha, siehst du? Siehst du? Grenzen überschreiten, ne? It's creative. That's creative. Creative. Yeah. Sehr. Kann man das zu, zu, also eine Band, die Grenzen verlegt, in der Hinsicht, ähm, oder, ich frag's einmal so, welche Band hat das lokal gemacht und welche international? Grenzen überschritten? Nein, oder halt, um, 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 ein bisschen was verlegt mit ihrem Release. Wenn du sagst, äh, Shows spielen ist es, ist es eher nicht. Eine Band, die für mich, ähm, die für mich definitiv weitergegangen ist, hm, wen bevorzuge ich das? Also, hm, äh, Ding, Brellenkirchen, weiß-kalt. Kalt-weiß. Kalt-weiß. Heiß-kalt. Okay, okay. So, äh, die haben definitiv gesagt, okay, gut, wir applizieren hier unsere eigene Formel. Mhm. Ähm, was es halt dann weniger accessible macht, weil die Leute keine Referenzen ziehen können dadurch. Ja. Ähm, A New Chapter haben, glaub ich, für sich ihre artistischen Grenzen weiter nach außen verlegt. Das war definitiv... Hm. Ja. Aber ich, ich glaub, ich glaub, kalt-weiß und, und, und Brellenkirchen kommt gut hin. Ja. Aber muss man sagen, die bereiten sich auch schon sehr lange darauf vor, vor diesem Release. Also, die haben sehr viel Vorarbeit geleistet. Ja. Schon alles zusammen gesammelt. Und dann... Das ist sehr richtig. Ähm, wer aus meiner Sicht eben schon immer ein bisschen davor war, fand ich, waren die drei Köpfe von Indies Temple, weil die immer schon sehr unkonventionell waren in ihrem Genre. Ja. Und, und definitiv, nicht nur, nicht nur quasi sich von, von den, den Genre inspirieren haben lassen, sondern die Grenze überschritten. Ja. 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 Und natürlich macht das auch weniger Ex-Eis, oder? Ja. Ja, sicher, sicher. Das ist immer so die Gefahr. Ich glaub, die Eismaschine ist tatsächlich kaputt. Wirklich? Also, er kommt ohne Eis. Ah. Eismaschine. Wirklich? Alter! Ja. Ja. Diese Schweine bei Paramamanda sind? Ja. Wir brauchen schon ein Eis. Ja, eigentlich schon. Wo gibt's noch einen Mackie? Äh... Da kann man scheiße parken. Ja, voll. Wurscht, fuck it, fahren wir einfach. Steig mal rein. Ähm, wir könnten gleich durch Wien fahren und raus nach Floridsdorf. Nein, ich gebe euch da komplett recht mit allem. Ich glaube, international ist das das absolute Beispiel für mich Slip Hockey. Uh. Ja. Ich meine, man kann auch Bands, wenn man jetzt vielleicht in der etwas härteren Schiene bleiben möchte, ähm, ist Loathe auch so etwas. Mhm. Die machen auch ihr Ding. Und da kann man schon so, ah, da darf ich gar nicht raus. Ähm, kann man schon sagen, so, ja, na, die Elemente, das und das, das hat man dort und dort abgeschaut, aber mach's mal so. Fahr. Bring's mal so zusammen. Fahr. Puh. Ich überlege jetzt echt schon die ganze Zeit. Was überlegst du? Wo es, wo es noch einmal Kick gibt. Ich warte eigentlich gar nicht mehr zurück. Welche Fans war das? Achso, das liebt auch gerne. Dresdner Straße. Hate it. Ach, deswegen stehst du da. Ja, nein. Schau mir nur die schönen Autos an, die vorbeifahren. Ja. Was, was wollen wir, was wollen wir von dem Band nächstes Jahr? Ja. More of everything. More of everything. More, ja. Opulence. Ähm, ja, natürlich kann man immer sagen, mehr Musik, neue Musik, das ist eh, das ist obvious. Make, make awesome shit. Ja, aber ich denke, ich denke, dass, okay, ähm, dass, was man, was man sich wünschen kann, definitiv ist, dass es weiter Zusammenhalt gibt, ähm, Zusammenarbeit. Versucht, versucht, noch mehr Bands an Bord zu holen. Nicht nur, nicht nur Metalcore-Bands oder sowas, sondern dass man... Genau, genau. Sondern auch ein bisschen über den Rand hinaus. Ja, nicht nur ein bisserl, weil das ist so, na, probieren wir mal. Das ist so, definitiv, ja. Okay. Schauen, welche Bands spielen in den Locations, in denen wir sonst nicht so spielen, die mal anschreiben und sagen, so, okay, ihr seid eine Full-On-Metal-Band, wir machen auch Lärm. Machen wir mal was gemeinsam. Schauen wir, was da rauskommt, ja? Was ich cool finden würde, ist, wenn sich mehr Leute versuchen, Gedanken zu machen, über wie man, wie man, wie man, so ein, ein, sagen wir mal, das Featuring Extended, dass du, dass du Richtung Split-EP gehst. Ach so, okay. Mhm. Das würde, das würde mir taugen. Ja, aber... Und dass du nicht jetzt... Das ist, das ist, das ist ein bisschen, ein bisschen tricky im... Na sicher, es ist absolut tricky. Im Spotify-Thing. Auch, ja, ja, klar. Weil... Auf welchen, auf welchen Account stellst du es dann? Was weiß ich, wenn? Oder du machst es da und dort? Oder... Also ich glaube, für, 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 für Underground-Bands würdest du es... Oder machst dein eigenes Profil? Das machst du, wenn du zwei Established-Bands hast. Okay. Dann machst du ein drittes. Mhm. Meiner Meinung nach, wenn du, wenn du ein Lokal etwas bist, haust du es auf beide Profile drauf. Aha. Wenn du jetzt aber Silverstein und Beartooth nimmst, die Silvertooth machen, dann wird das ein eigenes Ding, weil die sind beide groß genug, dass sie das Feinstes mitbekommen. So, ey, warte, das heißt jetzt anders. Geil. Oder das Band A und B und auf jedem Profil ist ein Song und dann gibt es eine Playlist, wo beide sind und dann kannst du es hintereinander hören und dann wird's One Thing voll. Aber das wird mir tauchen und dann eben nicht eine Chant-Band mit der anderen oder eine Metal-Core-Band mit der anderen, sondern brich, schau es. Such dir einen lokalen Hip-Hop-Guy und schau, ob du Aerosmith toppen kannst. Ich weiß nicht, ob das Fake News ist, aber ich hab eben, weil jetzt wieder so eine Reunion-Welle gerade ist, was mir ein bisschen am Zarge geht. Ich hätte gern weniger Reunions und mehr neue Bands, dass sich da Leute neu formieren. Aber, ich weiß nicht, ob es Fake News war, aber Rage Against The Machine haben gesagt, sie würden gerne eine Tour machen mit Wu-Tang. Das wäre schon dort. Und das wäre ich das Uhr feiern. Sicher. Ich würde das komplett feiern. Das wäre wieder cool. Aber halt mit dem bitteren Nebengeschwack. Warum Reunion? Ihr habt euch aufgelöst, for a reason. statt etwas Neues. Aber auf der anderen Seite, weißt du eh. Ich hab auch gesagt, Meinungen können sich ändern. Aber da ist meine Grenze. Reunion ist fix. Das macht man nicht. Wer sich auflöst, bleibt aufgelöst. Das ist meine Meinung für immer. Oder, wie siehst du Reunions? Für manche Bands hätte ich schon gerne eine Reunion. Aber wieso? Was ist der benefit? Weil ich hoffe, dass du es noch nicht gesehen hast. Ja, auch. Zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit. Aber da denke ich mir eher ein, okay, ja, verpasst. Schade. Aber halt in der Hoffnung, dass sie mehr Musik machen. Die mir gefällt. Dass dann neuer Stuff kommt. Ja. Also nur eine Reunion-Tour interessiert mich Nüsse. Ja, ja. Okay, verstehe. Verstehe. Wenn dann sie einen neuen Shit machen. Aber hast du nicht Bedenken, dass wenn dann neuer Shit kommt, dass du denkst, ey, eigentlich etwas aus Schaß, was gemacht haben? Ja, eh. Old Stuff war gut genug. Das ist ein absolutes Risiko. Aber das ist auch immer, weißt du, die Flipside davon ist, wenn eine Band sich auflöst, wenn Leute dann immer sagen, boah, oder noch schlimmer, eine Band existiert, aber macht jetzt was anderes. So, hey, die alten Alben gibt's noch. Ja, aber... Du kannst die noch hören. Das ist korrekt. Du wirst sie vermutlich live nicht mehr sehen. So. Ich fühle, dass das dann vielleicht, wenn der neue Stuff Shit ist, ist der alte Stuff dann tainted. Ist es doch? Na, eh nicht, eh nicht. Aber das Mindset existiert. Ja, sicher. Sicher. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum Leute immer noch oder der Meinung sind, dass Rage Against The Machine, wenn sie eine Reunion spielen, gut sind. Weil, die waren einmal gut. Deswegen müssen es noch immer gut sein. Ja, you have no guarantees. Ja. Ja. Das Ablaufdatum ist vielleicht schon erreicht. Ich meine, es gibt ein paar Bands, die sind trotzdem irgendwie anscheinend noch top, obwohl sie schon Agents sind. Iron Maiden. Gestern ein neues Konzert ankündigt in Wien. In Wiener Neustadt. Das ist arg. Das ist arg. Die haben sicherlich so eine Genkur. Ja, aber... Eine Pit Crew. Aber andererseits Iron Maiden ist für mich dann auch wieder die absolute Beispielband. Weißt du, die bringen auch alle so viele Jahre ein neues Album raus. Und ich habe, glaube ich, alles was sie nach 1992 released haben, deswegen sind nicht mehr gehört. Weil es mir einfach nicht mehr taugt hat. Nein. Nein. Oder weil es einfach The Trooper of Noise ist. Ja. Und da denkt man, da kann ich genauso gut den Song hören, der das ursprünglicher ist. Ja, voll. Und das Konzept und der Benefit von Reunion entzieht sich mir ein bisschen. Weil wie oft hörst du dann so, zum Glück gibt es die wieder. Oder? Selten. Ja. Hast du ein Beispiel? Fällt dir das ein? Oder du denkst, zum Glück gibt es das wieder. Na, siehst du? Na. War nicht irgendwie, weiß ich, war nicht Thrice oder so? War nicht pausiert? Keine Ahnung. Oder, 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 wie heißt denn die? Under Oath? Die waren auch. Ja, aber... Da hab ich bei ein paar Leuten gehört, war geil das hier. Ja. Aber ich bin ja der, der für ein Under Oath Konzert nach gefühlten zehn Jahre kein Under Oath tatsächlich in ein anderes Land geflogen ist, weil ich es sehen wollte. War cool, weil sie mein favorite Arbum integral gespielt haben. Haben die sich tatsächlich aufgelöst? Na, die haben schon gesagt aus. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere. Also wir haben ein Beispiel. Aber, aber das Ding ist, jetzt machen sie einfach so eine andere Musik, die auch gut ist, die mir schon noch gefällt, aber die nicht mehr Under Oath ist. Das hätte für mich genauso gut eine andere Band sein können. Okay, okay. Sind andere Leute macht der? Oder... Nein, das ist wie die Originalbesatzung. Okay. Entschuldigung, das hat mich gerade irritiert, da war ein Poster mit Ed Sheeran und Madonna draus. Da schon wieder! Und dann denke ich, was machen die jetzt gemeinsam? Ed Donner? Matt Sheeran? Matt Sheeran? Matt Sheeran? Matt Sheeran? Matt Sheeran? It's mad, bruh. Ich bin dann ja schon wieder. Ja, sorry, dass ich da jetzt, wie bin ich jetzt eigentlich zu Reunions gekommen. Was war davor? Weil die Madonna immer noch Shows spielt? Ja, aber Reunion ist schwierig, wenn man eine Person ist. ja das ist das ist das korrekt kanye west das mag ich nicht drinnen über den mag es ist unfassbar geil dass er der erste ist der einfach ein update zu seinem album raus das konzept warum nicht warum nicht aber halt es ist nicht so auf in den release not ist gestanden der pusher t räumt jetzt on beat im ursprünglichen dies war einfach die spur nicht dort wo sein nicht müssen okay und das ist schon traurig wenn das dein update ist ja das ist okay aber auf der anderen seite der george lukas hat seine trilogie auch geupdatet immer wieder öfters mal das ist richtig und keine ahnung wenn du irgendwie flaws hast oder so die dir vielleicht während der produktion nicht auffangen dann just fucking go for it aber das ist im prinzip ja auch ein auch ein ding unserer zeit dass du theoretisch ein produkt das du released hast updaten kannst ja du machst das du machst das ja mit videospielen und programmen ja auch warum warum ist deine kunst auch faul aber das problem ist dass das gerade bei videospielen und so dass es schon so weit ist dass du es raus hast bevor es fertig ist das richtig da kann ich das auch schon gemacht der hat auch vanilla destiny released und dann hat und jetzt schon langsam macht das wahrscheinlich zu dem was es vielleicht ist ja das wäre das wäre eigentlich auch ein interessantes konzept als band du nimmst ein du hast du die hohen demos raus und je nachdem wenn der master fertig wird ja das early access album das early access ist günstiger die leute sehen vielleicht was sich alles verändert vielleicht kannst du kannst du sogar inspiration von den leuten her ziehen und sagen sie ja aber ich fände es geiler wenn der wenn der und der paar doppelt so lange ja ja könnte man schon als konzept versuchen zu der update your shit na einfach ein early access album also ja ja ich könnte es schon legit wie krägt steht weil ich finde es eher wichtig dass dass man dazu committed und dazu steht und sagt dann wir wollen wir wollen unsere fans so einbeziehen und wir probieren das jetzt weil es erst ein paar wenige leute voranzug machten ja es geht sein kennst du das du fast irgendwie rum und suchst am parkplatz und denkst dir aber das ist einer und da biegst du ein und dann steht ein moped oder ein smart oder irgend so ein promillemantel da rein gehst du den ausdrücken wie jedes auto mit dem roten rafaddel ist ein promillemantel ich mag dieses ausdrücken ja endlich nach speise ich mag dieses flying baby gut wir wünschen uns split eps dass das dass das dass die leute wie ihren eigenen schatten springen dann zudem committen was sie machen neue neue sachen probieren ja unser podcast endlich hören das ist vielleicht auch interessant wie wie es weitergehen soll mit unserem podcast welche formate gut ankommen also es kommt definitiv gut an wenn man wenn man zwei zwei fremde leute an wenn nicht wir im bild sind wenn nicht wir im bild sind definitiv also ich glaube wir nehmen die big boys aus dem big boys podcast und lassen mir die anderen reden ja aber wir sind offen für feedback also wenn jemand eine idee hat nur her damit es kommt ja macht genau das könnte aufhören ja könnt 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 bitte mehr andere leute hinterher holen die die erzählen die interessanter sachen reden was vielleicht vielleicht weniger weniger band leute mehr leute rundherum das wäre interessant vielleicht das war schon auch musiker war auch leute die die starke machen wir haben noch nicht wirklich einen engineer oder produzenten gehabt steht definitiv auf meiner liste mehr mehr filmen foto leute zusammensetzen personen personen die promoten ja leicht booker labels anr leute anr oder leute tatsächlich aus dem business nicht 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 amateure wie wir die müssen wahrscheinlich was zahlen das kommen kraus an der scott fand mir die fette kamera und die freizeit und dann kraus wandten wir fette lauf die wir die wir dann dazu holen und 1 lässt sich deine vignette und schau dir so aus ich bitte nicht ganz an aber so ok da kommt einfach so ein piep ja definitiv sind wir offen für vorschläge für leute paare die ihr sehen wollt oder ja vielleicht 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 was auch sehr interessant wäre wären dass wir dass wir leute weniger interviewen sondern dass wir mit ihnen podcasten genau mit ihnen ein gespräch angehen genau dass man zu dritt da sitzen oder einer von uns und mehr reden und weniger interview sind 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 clips interessant das war ein sehr interessanter input vom vom schau mag ja das ist das ist auch eine gute gute idee frequenz ist auch jede woche ein podcast und alle zwei wochen muss man sich alles überlegen dafür gibt es das überlegen das geht schnell input ja 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 das ist richtig soll man so auch posten weil eigentlich posten wir nur wenn es was neues gibt wenn irgend oder wenn wir irgendwie soll man ein schönes wochenende wünschen freie trage so sinnhafte post aber das ist generell das ist das ist das ist aber trotzdem generell interessant an social media was man auch für bands besprechen kann wie wie sehr soll es auf gespielte interaktion gehen und wie sehr soll es einfach nur tatsächlich news wert haben willst du willst du dass das bands posten wie war schönes wochenende oder hey wie geht es euch oder hast du lieber so ein post einfach wenn du irgendwo spielst und wenn es noch tickets gibt oder wenn du merch hast oder wenn du tatsächlich was zu melden hast zweites definitiv finde ich ja und dann kommt kommt dieses jahre muss nicht machen damit es dem algorithmus und bbb profile die nur dann muss posten die sind hinten nachgerankt das ist leider shit das das ist so ist aber was ist gefahr wir haben den typ zugeschaut hat okay das war nicht so bleib kompletter fahrt bleiben hier könnt ihr ihre werbung auf bands die ein schönes wochenende wünschen sollen oder ja wie gesagt ich verstehe ich verstehe die die mechanik dahinter aber ich hätte schon gern ein bisschen mehr substanz in dem eh gebe ich da absolut recht bin ich bin ich auch der meinung und ich weiß nicht bringt vielleicht in verbindung mit hey ich wünsche euch ein fettes wochenende oder wir als band wünschen euch ein fettes wochenende schaut doch mal den neuen song von unserer befreundeten band an das ist das ist schon einmal besser nutzt es gleich einmal oder ja sowas was passiert was hat dein agd vor drin ja hast gerade keine ziele nope kein targeting no targets ja vor allem wünscht ein schönes wochenende und referenziert auf eine andere band vielleicht ja generell was ich mir auch noch im nächsten jahr wünschen wird was eh schon teilweise passiert ist dass sich die leute gleich mit anderen bands zahntun und sagen so hey ihr release dann wir dann machen wir vielleicht was gemeinsam oder es schadet nicht auch content von anderen bands nicht nur private profile sondern auch über band profile zu sharen weil damit aktivierst du dein profil dann auch wieder band a und b und sagt ja hey band b spielt dann und dann dort wir sind zwar nicht dort aber wir wissen fans von uns sind dort geht es auch dorthin die sind geil ja fucking do it weil es gibt so viele bands und im prinzip jeder macht jeden tag irgendwas und wenn alle anderen bands das dann auch teilen ist immer ein flux da ja und du aktivierst dein profil und hast somit in wahrheit etwas zu sagen das nicht ist schönes wochenende wow eismaschine funktioniert geil nice bei welcher makey sind wir jetzt? wie heißt der? bei der dresdnerstraße makey dresdnerstraße die eismaschine funktioniert geht dort hin ich glaube das ist generell auch ein jetzt nicht mehr mehr ein dankeschön ein schöner moment das dessert ist das ende vom essen vielleicht ist das dessert auch das ende vom podcast ist es dumm? ich denke so ich könnte das go all day long so viel benzin habe ich nicht? ja von der bank von der bank scht 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 Untertitelung des ZDF, 2020